Musik 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 Heute ist es für die Polizistinnen und Polizisten unerlässlich, sich mit elektronischen Mitteln auseinandersetzen und entsprechende Formen zu haben. Die Kantonspolizei St. Gallen schafft in fast allen Bereichen immer mehr computerbasiert. Auch bei Delikt kommen heute immer öfter elektronische Mittel zum Einsatz. Wir setzen darum voraus und prüfen, dass die Bewerberinnen und Bewerber das Fingersystem geherrschen und 140 Anschläge pro Minute schaffen können. Musik